Die Umweltverbände Greenpeace und Deutsche Umwelthilfe nehmen Autobauer und Energieversorger ins Visier. Wegen unzureichender Klimaschutzmaßnahmen wollen sie zivilrechtliche Klagen gegen BMW, Daimler, Volkswagen sowie den Öl- und Gaskonzern Wintersaldea einreichen. Der Vorwurf lautet Verletzung des Schutzes von Eigentum, Gesundheit und Freiheitsrechten. Dazu der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe Sascha Müller-Krenner. Es ist Zeit, dass wir endlich diejenigen zur Verantwortung ziehen, die seit Jahrzehnten für Milliarden Tonnen Treibhausgase verantwortlich sind. Und genau das tun wir heute. Wie dringend notwendig das ist, das wissen wir aus dem IPCC Sachstandsbericht. Und wie der Klimawandel konkret aussieht, haben wir, denke ich, auch gesehen in den letzten Monaten in besonderer Dramatik an Ahr und Erft, aber natürlich auch international über die Fernsehbilder, über die Klimafolgen, die uns alle treffen. Konkret verlangen die Verbände einen Ausstieg aus Verbrennungsmotoren bis 2030. Sie verweisen auf die Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens, demzufolge das verbleibende CO2-Emissionsbudget nicht überschritten werden darf. Die EU-Kommission hat zur Umsetzung der Klimaziele allerdings 2035 als Frist vorgeschlagen. Wintersal soll sich verpflichten, ab spätestens 2026 keine neuen Öl- und Gasfelder mehr zu erschließen. Der Versorger hat CO2-Neutralität bis 2030 in Aussicht gestellt. Um die Klagen abzuwenden, haben die Verbände den Unternehmen eine Frist von einigen Wochen gesetzt.